Brad Pitt und Ines de Ramon haben eine stilsichere Date-Night in Malibu. Die beiden zeigen sich häufig gemeinsam in der Öffentlichkeit. Am Samstag besuchten sie eine Wohltätigkeitsveranstaltung und trugen passende Outfits. Brad und Ines wählten cremefarbene Oberteile und beigefarbene Hosen, kombiniert mit Sonnenbrillen und lässigen Jäckchen. Arm in Arm strahlten sie für die Fotografen und unterstützten den guten Zweck. Der Partnerlook scheint ihr Markenzeichen zu sein. Bei der Premiere von Brads neuestem Film Wolfs trugen sie ebenfalls abgestimmte Erdtöne. Ines entschied sich für ein figurbetontes Kleid, während Brad einen beigen Anzug mit offenem Hemd wählte. Das Paar ist seit rund zwei Jahren zusammen und zeigt sich erst seit kurzem öffentlich. Ihre Beziehung ist laut Insider sehr innig und ernsthaft. Brad sei begeistert von Ines und alles laufe seit ihrem Zusammenzug großartig.